Was war das? Was soll nicht durch den Spessar gehen, wo hinter jedem Baum so Räuber wie dieser und diese da stehen? Sie erscheinen mir heut noch im Traum. Kommt und seht, was wir euch schildern, mit Musik und bunten Bildern. Mädchen, die vor Angst erbeben. Männer, die gern einen heben. Kreuzchen, Schrei, Pistolenschüsse, Leidenschaften, heiße Küsse. Tochter will nicht so wie Vater, demnächst ihr in dem Theater. Das einsame Wirtshaus, mitten im Spessart. Stimmen flüstern, Mäuse wispern, müde alte Eulen muschen. Haben sie was zu vertuschen? Und die alte Türe knarrt. Ich war zuerst hier von dem Herrn Baron im Raut. Dann haben mich die bösen Räuber da geklaut. Ich habe Schreckliches erlebt. Ich, ein Fräulein, schlank und zart, wurde fortgeschleppt von Männern wilder Art. Franziska, die Haufe! Du hast uns lange genug umgemacht. Erst kriegen wir kein Lösegeld. Dann willst du uns das Aufbaumeln verbieten? Und jetzt sollen wir nicht mal schießen. Wer ist hier, Hauptmann, du oder ich? Das wirst du gleich sehen. Ich dachte, hab ich Hosen an, dann hält er mich für einen Mann. Doch wie's das Schicksal manchmal gibt, ich hab mich in den Kerl verliebt. Zieh mir Stiefel aus. Falsch! Falsch! Dreh dich rum! Beine breit! Zieh! Setten sind das. Ich muss darüber dringend mit unserem Bischof sprechen. Wie viel Lösegeld kann ich denn für Sie kriegen? Gar nichts. Sie Arme. Ist denn niemand da, der für Sie etwas zahlen würde? Niemand. Auch keine Frau? Nicht mal deine Frau. Nicht mal deine Frau. Aber hier war das. Ich muss auch mal deine Frau. Ich muss darüber dringend mit dem Bischof sprechen. Aber ich werde dringend mit dem Bischof sprechen. Wie ist der für Sie das Bischof? Kommt und seht, was wir euch schildern, mit Musik und bunten Bildern. Mädchen, die vor Angst erbeben. Männer, die gern einen heben. Kreuzchen, Schrei, Pistolen, Schüsse. Leidenschaften, heiße Küsse. Och, der will nicht so wie Vater, den ist hier im Theater.